Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavu Video. Freunde, das heutige Video ist mehr eine Art Spontanproduktion für euch, in der wir euch einfach nur ein paar Fahraufnahmen des M2 Competitions zeigen wollen und ein kleines Fotoshooting, was wir mit den Jungs gemacht haben bei einer kleinen Ausfahrt. Viel Spaß! Spannende Musik Im Parkhaus angekommen, haben wir direkt mit der ganzen Gruppe mal ein kleines Shooting gemacht, damit ihr mal seht, mit welchen Fahrzeugen wir eigentlich mal unterwegs waren. Wie ihr seht, waren wir dabei mit dem M2 Competition von BMW. Einer von den Jungs hatte ein SL63 AMG, der ihm selber gehört, ein C63 AMG, der ihm auch selber gehört und noch ein M3 F80, der ihm auch selbst gehört. Ich war also der Einzige mit einem Leihwagen. Und dann wieder einmal zu den Jungs. Schläten mit einer einem kleinen Ausfahrten, ein Schleif, ein Schleif. Was hat hier ein Kuss gemacht? Was hat hier ein Kuss gemacht? Was hat hier eine Kuss gemacht? Was hat hier ein Kuss gemacht? Was hat hier ein Kuss gemacht, was hat hier ein Kuss gemacht? Mama! Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020